In Paris werden heute die Paralympics eröffnet. Mehr als 4.400 Athleten kämpfen in den Wettbewerben in der französischen Hauptstadt um Gold, Silber und Bronzemedaillen. Die deutsche Mannschaft, sie besteht aus 143 Sportlern. Angeführt wird sie von der Kanutin Edina Müller sowie dem Triathleten Martin Schulz, die die Ehre haben werden, die deutsche Fahne zu tragen. Untertitelung des ZDF, 2020